Die Polizei holt mich jetzt gleich ab, weil ich den Mond mit einem Laserpointer zur Explosion gebracht habe. Es tut mir herzlich leid, warum ich das getan habe, weiß ich nicht, aber seht selbst. Wie gesagt, es tut mir unendlich leid, dass ich den Mond zur Explosion gebracht habe. Ich komme jetzt lebenslänglich ins Gefängnis dafür, für diese schreckliche Tat. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich kann ehrlich nicht sagen, warum ich das getan habe.